ja donnerstag also donnerstag ist heute jetzt mittlerweile donnerstag so gut wenn ich sie was alles in den clips drin ist so gut ja mache ich gleich okay ich habe ich ihnen schon gezeigt die haben mir alles auch schon gezeigt wollen sie die denn noch sehen ja jetzt wenn sie stehen kann es auch nicht mehr es gibt leider nur eine map aber die erweitert sicherheit wir sollten immer mehr bereich gefallen wenn wir dann irgendwann mal so weit sind hey sexy katzen ha warum stinkt das bier was ich hasse die werbepausen im winter der leidenschaft kommen irgendwie immer genau dann wenn es spannend wird steht da schon wieder jemand in der tür nö das bin ich ich bin zu fett ja ich glaube auch das ist halt für nix mehr du hast so viel katzenfoto gegessen ja klingt gut ich denke ich werde meinen nächsten urlaub auch da buchen ich bin ich bin ich bin mir es war ich bin das circulator noch was ist vergessen ich bin eingeschlafen echt ja wenn ich das aufnehmen dann zählt es als ich würde es klauen ich finde es gerade nicht ich finde es nicht ach da auch einige fahrgarten wie oft wollen sie die denn habe ich hier bitte klar hier ist die fahrgarten hier augenblick ist die fahrgarten und hier ist ein foto meiner katze was interessiert mir wie der katze heißt ich liebe katzen gott hier war ich aber schon ewig nicht mehr gott hast du starren blick ja klar ich muss mich auch konzentrieren irgendwie immer genau dann wenn es spannend wird will sie geld verlieren ja dadurch verlieren wir aber kein geld nur punkte für unsere erfahrungsstufe na gut hi ja oh hallo schnucki ist doch keiner entstellt mich denn hier hin Meine Katzen und ich gehen jetzt schlafen. Danni, dann vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass du hier warst. Schlaf du mit deiner Katzen. Katzfried dich, oh gut. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß haben. Oh, ich hab jemanden abkassiert, geil? Ich seh's, ich seh's. Hey, sexy lady. Hi. Alter, pass auf. Wenn du da so stehst, du backst aus dem Bus und ich fahre. Okay. Das tut natürlich nicht, ne? Du bist ja auch ein Hacker. Bruder ist ja auch ein Hacker. Nee, ist das Lache. Ist das ein Hacker? Ja. Ach, Pony. Nein, doch nicht. Einfach hier. Einfach hier. Oh mein Gott, das war knapp. Du hast geblitzt. Ja, ja, du auch mal zweimal. Was wäre ich so eigentlich? Du wurdest dreimal geblitzt. Nein. Da. Danke. Nein, immer einmal weniger als du. Ja, komm. Tschüss. Du stehst halt, du sitzt halt wirklich schon fast an meinem Schoß, ne? Ja. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ich stehe von den Fahrkarten gar nicht. Doch, doch jetzt. Oh, Brüste. Ich kann die Kamera das Geld nicht zurückgeben, weil ich es nicht sehe. Oh. Also bisher sind wir im Plus. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Äh, Woche. Student. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel. Standard. Ja, ich weiß, mein Froh ist wunderschön. Ja, ich meine dich. No. Was denn? War ich dir nervös? Ja, weißt du noch. Ja, okay. Dann gehe ich in den Hintergrund, das bist du, dann mache ich dich nicht mehr so nervös. Weißt du die letzte Folge? Ja. Ja. Ja, Mann. Ich tue lieber die Leute. Ja, wie oft sind noch die Arme schon alle? Wir waren gerade an der Heitestelle. Da sind neue dabei. Hier, bitte. Nicht eine. Hier ist die Fahrt. Natürlich. Ich habe ihnen meine Fahrkarte schon getrunken. Die habe ich alle schon. Klar. Oh, voll auch nicht. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Ja, das sage ich doch. Die sind alle schon genervt davon. Das ist mir doch egal. Geld ist Geld. Geld regiert die Welt. Ja, ohne Geld. Wir können uns keine Busse kaufen. Männer an die Macht. Machtkuchen. Macht sauber. Macht keine Arbeit. Seid pflegeleicht. Aber das ist nicht mit Macht. Das ist schwierig. Vor allem, weil wir froh nicht besser sind. Teilweise. Ja. Oh, diese Kreuzung. Ich hasse sie so sehr. Ja, mit dem Verkehr, ne? Näher von mir ist es halt genau diese Scheißstelle, wo immer stehst. Immer. Schade, ich kann leider nicht abkürzen. Du würdest schneller sein. Wobei, nee, ich kann abkürzen. Geil. Tschau. Tschau. Au. Damit muss das Busfahrer rechnen. Also, Ryan fragt schon gar nicht mehr, was ich vorhabe. Nein, ich muss nicht mehr. Ryan akzeptiert es nur noch. Ja. Aber mehr kannst du auch mittlerweile, glaube ich, nicht machen. So ein bisschen finde ich es ja schade, dass es in Sims kein Multiplayer gibt noch. Oh Gott. Weil stell dir das mal vor. Wobei, oh mein Gott, ganz ehrlich, mit dir könnte ich mir sogar Sims vorstellen und dann mauern wir irgendwelche Sims ein. Ja, das wäre... Wir machen dann einfach irgendwelche random Challenges. Ach, das wäre irgendwie cool. Sie überlegen ja bei Sims 5 dann eventuell wieder Multiplayer in Sport. Also, der von 3 war schon schrecklich. Ja, aber wenn der gut wäre... Ja. Also, ich hole nicht mal ein, ich hole es mir so oder so. Ich weiß nicht, vielleicht lernen sie draus. Multiplayer-Tibete-Feed an. Das neue. Wie weit bist du eigentlich? Ah, noch lange nicht da. Nö, nö. Ich warte am Ende. Naja. Am Ende der Straßen steht dein Haus am See. Sims 5, ja. Sims 5, eventual mit Multiplayer. Ich glaube, überhaupt was da passt. Ja, also, wir wollen die Sims 5 spielen. Wir wollen, ne? Dann wahrscheinlich Sims 4, aber... Hey, aber das wäre eigentlich mega cool, oder? Es gibt, glaube ich, eine Multiplayer-Mod. Okay, das überlege ich mir jetzt. Ich glaube, es gibt eine. Ich bin immerhin unsicher. Selbst wenn, wäre es ja trotzdem lustig, einfach... ne? Challenge zu machen und... Und... Nein, schon immer damit zu... Ja, irgendwie cool. Dann darf ich unsere Sims einbauern. Oh mein Gott, ich erst... wir erstellen uns einfach und bauen dann irgendwelchen Bockmist. Ah! Oh mein Gott, wir machen... so eine kleine Mini-Streamer-WG mit nur Frauen. Oh Gott. Hä? Und was ist... Aber... Aber warte mal. Ja, wir beide... Wobei... Sollen da alles rein? Luna? Du? Stimmt. Ich? Stimmt. Nein, da hört es halt schon auf mit dem Weiblichen. Ja. Foxina vielleicht noch. Okay, Fox in Weiblichen. Oh mein Gott, dann mit so schönen orangenen Haaren. Wie so ein Fuchs. Oh mein Gott, Foxina, wie geil. Nein, ich weiß nicht, ich wusste nicht. Foxina Blue. Was? Fox ist nicht im Stream, oder? Äh, weiß ich nicht. Aber bei David vorhin die ganze Zeit. Aber der hat es auch ausgemacht. Nee, nee, nee. Nee, oh Gott. Huh. Noch wieder vongekommen. Na, scheiße. Oder ihr macht mich weiblich. Stimmt, wir können Kitty weiblich machen. Ja, und was ist mit für ein Spiel? Ja gut, aber er ist kein Streamer. Die müssen alle mit dazu. Ist egal, die gehört dazu. Zur Bande. Ja gut, dann machen wir eine normal und eine Streamer-WG. Oh Gott. Ich glaube, das wird nichts. Aber ich müsste mir dafür halt erstmal Kosten-Content runterladen. Ganz viel. Wo bleibt eigentlich dieser Bus? Schicken. Hä? Schickt ja immer von mir alles. Okay. Okay. Ist ja nur 40 Gigabyte. Nein, was bist du irre. Hier, was fragst du noch? Das fragst du noch? Doch, meine ganzen Sachen willst du gar nicht haben, ey. Da bist du morgen auch im Runterladen gefühlt. Okay. Ja, ob ich mich jetzt so da durcharbeite, oder? Ja, aber, aber, aber hast du nicht letztens noch gesagt, du kannst nicht so viele? Kann ich eigentlich auch nicht, aber schmeiß ich dir irgendwas runter. Ja, 40 Gigabyte. Nicht so viele, ähste. 40 Gigabyte gleich mal. Nein, ich habe kein Problem. Oh, simp4 Multiplayer-Mod. Tatsächlich. Siehst du? Oh mein Gott. Ich weiß nur nicht, wie Multiplayer-mäßig das ist. Der Mod ist nur für zwei Spiele am PC gedacht. Ich gebe auch einen Gast, daher braucht er auch zwei Computer. Ja, nee. Ist klar. Ist logisch. Was denn? Ja, ja, dass man zwei PCs braucht. Ja, hä? Danke. Komm gleich. Da ist der Bus! Da ist der Bus! Der Bus kommt! Der Bus kommt! Der Bus kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Ja! 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 Er kommt! Er kommt! Er kommt! Und hier! Nimm dich gleich mal mit! Oh, du bist aber über den Boersteil gefahren hier? Ja, ja. Bis dann! Hi! Wiedersehen! Na! Na! Na, wo geht's? Die Schnecke! Die Schnecke! Huch! What's going on? Oh, wir wollen... Hey! Hey! Wir wollen in den Hinterteil! Hey! Oh Gott! Wir kriegen Kohle! Aber nur, ich hieß, dass ich hier gefahren bin! Also so bisschen... ...dass ich die Bus hätte stellen und kriegen alle die Level ab, ey! 52.000, Alter, für die Strecke! Geil! Schon sehr nice! Also das mit dem Bus fahrt hat aber immer noch nicht funktioniert! Das mit 85%? Ja! Äh! Aber ich versteh das nicht! Ordne mindestens ein Fahrer zu und wähle ausschließlich Erdgasbusse! Hast du immer wirklich den Erdgasbus gesehen? Ja! Hab ich! Warte! Äh... Da! Erdgas! Michael Scharfvetter! Urban Way! Erdgas! Urban Way! Kaufe mal noch ein Urban Way! Urban Way! Okay! Urban Way, wenn dann bitte! Urban Way! Dann mach's ganz deutsch! Urban Way! 12! Hm! Ja, wir hatten schon drei verschiedene Strecken! Oh, ich hab den Bus verkauft! Was? Was? Oh! Oh! Ich guck gleich wieder, Leute! Ich bin gleich wieder da! Das ist schon mal ein Graciespramer! Oh! Das ist schon mal ein Part может sein! Ah, schön. Das ist ja kurz. Danke, Mapa. Ey, jetzt muss ich dem aber hier einmal sehen. Wir geben. Ne, leider nicht. Leider nichts mit Katzen. Vielleicht kommt er später noch. Nein. Oh, nee. So. Nee. Du hast dich schon wieder selbst übertroffen Jetzt hat es funktioniert, wir brauchten zwei Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen und wir glauben, dass es an der Zeit Ja, mache ich wieder alles in den Temp-Ordner Damit dufte sich das dann da rausfiltern kann Hallo Wir brauchten zwei davon, jetzt gehts Wow Schwanerei Jetzt haben wir fast alle Strecken besetzt Außer Ryan macht uns fruchtbar und äh, Vater Toten Hast du diese Rosetten, die letzte, ne welche, hast du die Vierte jetzt immer noch so lang gelassen? Lass die so lang, das gibt Geld Ja Ich sollte mein Glas nicht noch voller machen, weil sonst läuft sie was Okay, also die nächste Route Nutze Fahrer um eine Strecke mit maximal 8 Hälfte Stellen Hauptbahnhof Oh, es geht weiter Okay Neue Strecke Also, damit hätte ich dann 5, also 6 Das heißt, wir starten in Oakville Oh, du machst das schon Ja 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 Also, Oakstraße Dann brauchen wir den Hauptbahnhof Dann, Scharfwetterfield Machen wir das Das Nee Machen wir das Steineck Steineck West War bei 6 Ach du Scheiße Zieliger Straße Ey, bei dem, bei dem, was äh, was Mapa uns da geschickt hat, na als letztes Das steht, wenn du mit, äh, Mods umzuspielen willst, brauch jeder exakt dieselben, selben Mods Ja, das ist so nervig Und dann hab ich mich da wirklich herangesetzt auf alle meine Ordner, äh, durchgeklickt und hab das eingestellt, damit die es nicht mehr können Ich muss die dann gleich noch benennen Naja Naja, das ist total Also, Hauptbahnhof Also, mindestens 7 Das heißt, 2 sind 5 Das heißt, wir starten dann einfach mal hier bei der Kläranlage Dann zur Zimmermannstraße Dann zur Zimmermannstraße Wobei, ne, warte Ich zur Zimmermannstraße Ähm, dann Machen wir einmal Fischgrund Zimmermann Aber, 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 aber warum denn, äh, bei, warum fängst du da hinten an in der Industriezone Warum nicht? Der ist so, da hab, wir fangen doch immer hier oben an Deswegen, dachte ich Wäre mal cool, wenn wir woanders anfangen Nein Okay, Show-Bar-Grounds hab ich denn hier schon 2? Jo Also, ah ne Ist nur eins Warte, Fischgrund ist drin Okay, dann nehmen wir die Arbeitergasse Den Bahnhof Wo ist der Business Park? Ich glaub, das, was du, was du uns geschickt hast, das letzte Mapa, ist das, was ich meinte Ich bin mir aber, ich bin mir aber tatsächlich unsicher Ach, das ist der Business Park Also, 4 sind wir Dann können wir noch das Siegwelden nehmen wir wieder Siegwalden Südspeichel Ne Südspeichel ist durch Westspeichel und Ostspeichel Ne Ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert Okay Wie nennen wir den hier? Die witzigen Namen, also die 2 Namen, die ich noch im Kopf hab, also gebärfreudiges Becken Will ich für den, mit den 10 Halterstellen und, äh, Eldaria macht dich fruchtbar für die, mit den 9 Was brauchen wir hier für? Eine Idee? Ähh Warte, hast du schon gebärfreudiges Becken? Ja, das will ich für den, äh, für die 10 Halterstellen machen Wie, was fällt mir denn noch so ein? Foxina Wollen wir das Thema grad hatten Oh, das Katzenkörbchen ist auch süß Okay, warte, dann machen wir das hier Foxina Road Oh Gott Ne, ich will zurück Ich will Wie kann ich denn gut bearbeiten? Okay, ähm Luna Herzen Wie kann Du versuchst das immer wieder, das alles zu markieren? Hä? Du versuchst das immer wieder, das alles zu markieren Ja, ich weiß So, ich will erstmal die beiden machen Ja Die anderen beiden machen wir gleich Ja Jetzt ist die Frage Willst du Lunas Katzenkörbchen oder Foxina Road? Als erstes Da steht aber nur zu Fahrer Das heißt, du musst überall Fahrer reinmachen Ja, haben wir aber nicht Ja, musst du aber Dann musst du von den anderen welche abziehen Nooo Du musst auch für jede Strecke, die du hier erstellen musst Musst du einen Fahrer einstellen Das heißt, ich würde Einfach alle vier Strecken jetzt schon mal machen Dann die ganzen Fahrer da rein Ballern einfach Und dann fahren wir Und dann haben wir das komplett fertig Warte mal, ich stelle auf jeden Fall jetzt einen neuen Fahrer ein Wir können uns zwar keinen Bus leisten, aber Okay Die Nierspitze Ja Trägt eine Spitze am Blitz Naja Äh Abweisen Äh Ich kann mal gewissen Vokaholic Blablabla Elvis Thompson ist gut Und Simone Thompson Simone Thompson, ja Anstellen Und wer war noch? Der hier, ne? Elvis Äh Äh Ja Elvis Abweisen 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 Ich würde gerne in einem Baumhaus Oh ja Gott, das ist nie auf alle Elvis Ja Ja Okay Okay Dann muss ich jetzt für die anderen stehen Also den mit 8 habe ich den mit 9 Äh Also der hier Äh Ey Gemeinat Äh 9 Hauptbahnhof Äh Nehmen wir Nehmen wir Hauptbahnhof Sind wir bei 6 Ambertor Das Und dann fahren wir bis nach Ne Ne Stockerplatz Oder? Ne, bis dahinten hin Schon richtiger Profi im Spiel Wieso? Oh, guten Planung Äh Und dann jetzt den mit 10 Okay G B Wird es mit H oder ohne H geschrieben? Ich glaube mit H, ne? Was? Äh Weiß ich gar nicht Wie, warte Wie Bärfreu Äh, ohne Ach schade Schade Siehst du schön aus Was? Was steht da? Gebärfreudige Hüften So gut Okay, das kommt als nächstes Okay, 10. Das heißt, warte mal, 2, 4, 6, 8, 7. Was? Gib mir ein freundiges Bäckchen? Ach nee, Becken. Äh? Äh? Ja, ich dachte, das sieht witzig aus. Ja, gut, Mann, dann mach ich das jetzt so. Schrei, 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 schrei. Ich dachte, das sähe vielleicht gut aus, Mann. Gib mir ein freundiges Bäckchen. Ich glaub, ich hab sie kaputtgebracht. Oh, schön. Nee, da muss ich... Da fangen wir so an. Das ist so dumm, ey. Dann haben wir vier Show-Bar-Grounds. Show-Bar-Grounds. Hauptbahnhof. Hohe Straße. Linden... Lindener Gasse. Nee. Und dann bist du noch da hinten. Dann wird das sehen. Noch eine Idee wie hier. Flo-Ber-To-Flirt-Road. Oder so in der Art. Ja, das wär auch gut. Die Flo-Ber-To-Route. Okay. Also. Eins, zwei. Drei. Vier. No. Wenn du noch mal hier durchschraubst.